Die Atmosphäre war so super. Ich habe mir das ja zum ersten Mal von der Bühne aus dem Spiel angeschaut und das hat mich mental zumindest da hingebracht, dass ich jetzt schon auf dem Glas stehen könnte. Seelisch. Also willst du nicht mehr so lange dauern? Yes. Yes. Ja, gut. Shijin, Japan. Familie ist noch in Japan. Alles in Ordnung. Ich meine, wir haben das ja alle miterlebt. Ich bin Katu, aber ich bin kein Mensch, aber wenn ich mich in der Bühne auswählen würde, dann wäre es so schön. Meine Familie geht es gut, aber das von dem Tsunami betroffene Gebiet, da habe ich ja selber Anlagezeiten gespielt und in dem Spiel geliebt. Deswegen bin ich auch sehr traurig darüber.